Sali Bruno, ich habe hier die Liste der Leute, die in dieser Bar waren, mit dem Positiven. Hast du mir deine Mailadresse? Ich arbeite in Oldschool. Für die Technik ist es nicht geschnackt. Ausnahmsweise kannst du es mehr faxen. Gut, und dann riefst du einfach jedem Einzelnen an? Keine Angst, ich habe meine eigene Technik. Geht eine Sache auf den Grund. Nein, Bruno, nicht wieder übertrieben. Einfach wirklich jeder anrufen und schnell Informationen geben. Das ist es. Die Spur verkauft. Ein bizarrer Fall. Eine gesunde Frau wird einfach so krank. Irgendjemand hat hier böse Absichten. Nur wer? Sie ist offen. Und da stand sie. Ein Gesicht wie von Michelangelo und Stein gemeisselt. Beine länger. Wie bitte? Sorry, ich verwechsel manchmal meine laute und leisige Stimmen. Okay. Entschuldigung. Und wieso muss ich jetzt hierher kommen? Ich habe gemeint, ich müsse in Isolation bleiben. Keine Sorgen. Bei mir bist du in Sicherheit. Und was braucht es jetzt von mir? Ich brauche einen Namen. Mitarbeiter, Freunde, Liebhaber. Ich habe gemeint, für das gibt es eine App. Ich traue keiner Technik. Meine Worte. Hier ist Ihre Liste. Aber Sie werden nichts darauf finden. Ich war sehr vorsichtig. Ich gehe lieber nach Hause. Nicht, dass die mich hier draussen verwitschen. Irgendwer hatte der Dame einen ordentlichen Schrecken eingejagt. Aber wer? Zeit für die Strasse. Zeit für die Strasse. . Du fährst mal hier! Schick dich! Wie ist dein Name? Martin. Nein! Niemand will reden. Wie zum Teufel kann sich diese äusserst vorsichtige Frau angesteckt haben? Es sei denn, sie lügt. Ich traue keiner Technik. Meine Worte. Ich war extrem vorsichtig. Nein, Achtung! Die Frau hat sich selbst angesteckt. Du hast mindestens vier Gesetze gebrochen und viele Menschen mit deinem Verhalten gefördert. Hast du wenigstens die fucking Kontakte informiert? Informiert? Das wäre das falsche Worte. Du bist entlassen. Ja, du bist entlassen. Auch ein Softies heute so tags. Weisst du was, bewerb doch als Sozialdetektiv. Sie nehmen so einen wie ich mit Handkos. Adieu. Sozialdetektiv. Hm. Zeit für eine ganz persönliche Bewerbung. Verschill. Boi. 2 1 1